Langsam bin ich auch der Meinung, dass es das so... Ender! Ender! Roll! Roll! Und jetzt musst du den anderen aufnehmen. Ender! 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 Ich habe den jetzt aufgeklappt, ich nutze den jetzt auch für zwei Sekunden. Super! Super! Die hätte er vorher blocken müssen, weil er nicht gar nicht mitgelaufen ist. Das ist ja schon. Warum ein Tor? Ich glaub's doch nicht. Beide Tore. Ich glaub ja, der war doch dran. War abgefälscht und gut mit aller Brille. Das war letztens schon ein Thema. Wenn der Stürmer den Torwart anschießt und der auf den Stürmer... Zappelt! Zu hoch, zu hoch. Sehr gut, sehr gut. Sag ich doch! Ja! Ja! Du sagst den Rasen, den musst du auch aufkosten. Aber Caroma hat das im Griff. Stark! Durch, 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 durch! Ja! Sehr gut! Ja! Wunderschöne Zeit, 15.15 Uhr. Ab in die zweite Halbzeit. Ja! 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 Jawohl! Das war sie! Die richtige Antwort! Ja! Ja! Jetzt schreit eure Frau nicht! Hast drauf, ne? Radhi, hast drauf! Ja! Ja! Jetzt liegt bitte da drinnen. Da ist es! Nein! Nein! Weiter, weiter! Da ist es! Ja! Oh! Das schlägt ihm so am Magen in der Liebe! Na, wenn er so viel Wasser runterkommt! Jetzt ist es! Ja! Ja! Der spielt aber alter Herren! Das spielt er ja noch, ne? Ja, der kann er ja auch nicht lassen! Der ist geil! Der ist geil! Jawoll! 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 Na dann! Jaaa! Jawoll! 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 Wir haben ihn übers Walde! Ja! Und? Oh! Jetzt! Jetzt! Hau ihn um! Hau ihn um! Vor! Dacht schon, das wär so ein Meisterpass, aber da stand halt keiner. Nein, war wohlgeparierter Pass. Der auch! Hau ihn um! Mann! Wart er nicht! Hau ihn! Herr quit! Hau ihn um! Oh, geil! Ja! Rein, auf, rein! Ja! Der war geil! Der war geil! Oh, spieg schlau! Ja! Mach den Deckel drauf! Los jetzt! Oh! Ja! Oh, ist der stark, ist der stark! Alleine! Oh, hau dich schlecht! Ja, hallo! Das ist ganz klein! Ihr macht doch nichts! Der hat doch schon nach 2-1 gemacht! Echt? Ja, der war gleich geil! Da wurde er ja auch mehr angeschaut! Ich glaube, das war ein Tor! Das mache ich jetzt nicht! Ich würde nur querspielen! Tor! Ja! Jawoll! Woll! Und ihr habt gedacht, es gibt doch vẫn gar nichts! Human. Ja! ist Ritter und perfekt! Jetzt können wir plötzlich mal! Jawoll! Er hat sie eingehalten, seine drei Minuten, das finde ich in Ordnung.